Moin Leute und herzlich Willkommen, mein Name ist D-Log und wir spielen noch eine Runde Van Rant. Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen, ein Spiel zu spielen, ohne dass mein Team aufgibt. Ich weiß ja nicht, ob ich so unausstehlich bin, dass... oder so schlecht oder keine Ahnung wird. Gut, waren ein paar Sachen bei, wo ich mich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert habe, aber... Ich denke, dass das alles noch machbar ist, also wenn ich überlege, wie viele Spiele noch gedreht wurden, hinten raus. Na gut, das schlicht wahrscheinlich daran einfach, dass es unranked ist, da haben die Leute keinen Bock. Wir wollen halt nur spielen, wenn sie die Leute nach Gegner-Team wahrscheinlich komplett dominieren und regen sich dann wahrscheinlich auf, wenn die aufgeben. Nun gut, nun gut, nun gut. Mal gucken, wenn wir nicht wieder so Ultra-Sweater sind. Und ob dann dementsprechend mein Team da überhaupt Bock hat, weiterzumachen oder auch nicht, ne? Noch ne Runde Bind. Nächstes Mal fangen wir an zu verteidigen. Ich glaube, im Verteidigen bin ich hier auch deutlich stärker als im Angreifen. Heute. Anscheinend wieder null Communication hier. Zwei Leute bleiben am Anfang stehen. So, aber es ist wieder super. Ja, okay. Doch nicht. doch nicht doch nicht der wächs etwas zu lang Tja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was hören die wenn ich durch den Teleporter gehe? Und hier gleich irgendwo noch einer in einer Ecke sitzt und auf mich wartet? Ach komm, der letzte muss doch in den Kopf gegangen sein, sehr schön, schade, schade. Geht ja schon wieder gut los, aber, was soll ich machen, wenn keiner zu mir kommt hier? Was soll ich machen, wenn keiner zu mir kommt? Mein Gott, nein, ey. Geht doch immerhin. Gut genutzt, die Waffe. Ah, gut, was willst du machen, ne? Und die wissen wo du sitzt. Okay, mit der spielen wir auch selten Probleme, damit nochmal unser Glück. Gut genutzt. Gut genutzt. Gut genutzt. Ah. Ach komm, Mann. Ach ja, komm. Wie hättest du da alle nur noch... Das läuft doch nicht so. Wie es sollte. Soll ich den ein bisschen defensiver losschicken? Sage, protect me. Sage, protect me. Imposter killed. Sehr gut. Ach Mann, beim Nachladen. Das gibt es nicht, ne? Das ist, wenn die da riechen können, ne? Und als wenn die da riechen können. Kann doch nicht sein, ob wir noch keine Runde geholt haben. Die hat doch noch einen Headshot mit 66. Okay. Na gut schon. Weiß ich auch nicht weiter. Na gut gedacht, aber... Einfach reingerannt. Hm. Vielleicht. Vielleicht. Oder ist es verschwendet? Direkt am Anfang. Seek, found one! Can you hear me x 3 Thank you Helsinki Oh Mann, nur einen gekriegt Na? Das ist alles. Oh. Mal die B komplett wirklich, äh, offen lassen. Ich geh da nicht alleine rüber. So, ihr denkt jetzt, ihr könnt da alle, oder? Na gut, Teamplay technisch. Ich würde sagen, die gehen nach B, oder? Ja. Mal wohl so ganz klein, das glaub ich noch nicht, aber... Oh Mann, Kleinfort. Ah, okay. Ah, okay. Ah, geht doch. Geht doch. Wenigstens eine Ehrenrunde. Es wird kein zu null, yippie. Ah, ich glaube, da wir jetzt alle da drüben standen. Hm. 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 Hellcats! Blinded! Stay down! Here comes the party! Hoops! Multiple enemies B! Ugh! 2121 Viper! One enemy Remaining! Nice! Spike-sc sunt B! Viper is.. dead Reloading! How fast has epilepsy eran apparently? Oh, ja! Zwar keinen gesehen, aber so ist mir doch lieb. Wenn ich keinen sehe und wir dann gewinnen, dann muss ich nicht unbedingt einen sehen. Mal gucken, wenn ich die hier ein bisschen aufhalte und er wieder von der Seite kommt. Ach komm ey. Das ist doch echt ein Witz, oder? Ah, das ist wie ich sagen. Waren zwei zu viel. Okay. Okay. Ich muss einen rein setzen, genau. Ah, die hat den Spike, ne? Ich glaube das Team will nicht hören. Ja, der Teleporter rechts da kommt vielleicht einmal um die Karte rum. Den benutze ich so gut wie immer. Den habe ich auch nie auf dem Schirm. Ja, ob das... Ach ja 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 ja. Und ja, der Plan, das weiß glaube ich keiner mehr so genau hier war. Ich mach nur Dauerfeuer, ne? Und nix. Die anderen machen gefühlt auch nur Dauerfeuer und treffen mich immer sofort mit allem. Mann ey. Eintreffer. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann Hm. Just go, bruh. You have this. Pick up. I say, yeah. Thank you. Can I have up? Can I have up? Can I have up? Can I have up? Come, 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 come up. Boom. I love you bro. I'll buy your crush. Thank you. I'll buy your crush. Enemies spotted me! The hook begins! Enemies spotted me! Das gibt es nicht, ne? Dann habe ich eine Millisekunde mal warten müssen. Immerhin. Immerhin, immerhin. Bin gespannt, wird passiert. In der ersten Runde kann das hier noch recht safe sein, ja, aber... Das Problem ist, dass man hier so ziemlich dicht an dicht steht, ne? Ich hätte mit dir gleich alles dicht gegast. Halt! Blinded! Blöck! 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 Ach man, komm, jetzt drücke ich schon einzeln und langsam und treffe wieder nur zwei mal die Brüse. Mann, 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 Mann. Hey Leute, aufgeben ist nicht. Wir wollen besser werden, besser werden können wir nur, wenn wir gegen starke Gegner spielen. So sehe ich das. Dann muss man sich irgendwas überlegen. Warte, ich bluff hier einen raus. Ich weiß, wir brauchen wir vielleicht nicht mehr. Es ist ein Schwer, der ist ein Schwer, der ist ein Schwer. Ach man, wieso drückt die denn nicht genug da rein? Die Stinger ist wirklich, wirklich mega nahe Kampfe. Bro... 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 Ach, aber da haben wir ja immer noch zu suchen, was auch immer. Und dann die Peng. Ich entscheide mich immer für die falsche Seite. 50% Chance und es ist immer die falsche Seite. Ich scoute die jetzt weg. Ach man ey. Wieso versteckt er sich denn da? Der schießt doch auf mich. Ich spiele doch schon den Köder und dann braucht er den doch nur abknallen. Und er setzt sich da in eine Ecke und wartet bis ich tot bin. Das war ja dann mal blamabel. Muss man einfach so sagen. Also man merkt auf jeden Fall, dass wenn Leute im Team sind die quatschen. Oho. Habe ich das denn geschafft? Äh. Dass das irgendwie teamtechnisch auch wenn es manchmal nur Blödsinn oder keine Ahnung was irgendwie ein bisschen besser klappt. Ne? Als der ganze andere Kram. Aber ich sehe schon wir brauchen noch ein bisschen bis wir Level 20 werden. Würde ich sagen war es das erstmal. Und gerne ein Abo da lassen. Kommentare sind auch erwünscht. Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.